Hallo, hier ist der Martin von Mannemankies, das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 2.6.2020. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Pfingstwochenende, einen schönen Feiertag. Unser DAX ist über das Pfingstwochenende, beziehungsweise über den Montag, recht stark in die Höhe getrieben worden. Also da hat man hier ordentlich die Bären aufgehangen, nicht nur auf dem Baum. Also da wurde wirklich auf der Geigenstrick gespannt. Wir stehen sehr, sehr, sehr hoch. Wir haben im DAX tatsächlich jetzt hier schon außerbörslich, beziehungsweise was heißt außerbörslich? Der Future hat ja gehandelt. Die Eurex hat geöffnet gehabt. Zum Montags war ja lediglich in Frankfurt das Parkett geschlossen. Der elektronische Börsenhandel ging aber dennoch. Deswegen haben wir Kurse gestellt bekommen. Wir haben auch im Premium-Dienst, deswegen wundern Sie sich nicht, dass hier ein, zwei Pfeile noch mit drin sind. Deswegen einfach nur ganz kurz ein bisschen trotzdem was mit rumgeschickt gehabt. Wir müssen uns jetzt hier ein bisschen gedanklich noch weiter zurückversetzen. Denn die letzte Analyse hatten wir quasi nach der Kerze hier gestellt. Nach der Kerze, glaube ich. So, und da haben wir gesagt, also grundsätzlich der DAX erstmal noch aufwärts gerichtet. Der DAX kann hier weiter laufen. Der DAX kann hier auch noch oben was raus schaffen. Man soll aber aufpassen im Bereich um 11.900, ne, über, grundsätzlich überhalb von 11.800, weil halt die Luft ein bisschen dünner wird. Deswegen haben wir unserem DAX auch hier unten einen kleinen Trigger hingelegt. Haben gesagt, also wenn er da unten drunter tippt, wenn er unter die 11.670 geht, wäre es sogar denkbar, dass er, ja, im Zweifel hier bis 11.45 einfach mal zurücksetzen kann auf diese Hochs. Ne, von dort sollte er sich dann schon wieder nach oben reaktivieren können. Außer er fällt uns eben hier durch diese Pufferzone durch. Dann hätte er noch Chancen nach unten. Das war die letzte Analyse gewesen. Wenn wir jetzt gucken, was wir am Freitag gesehen haben, dann sind wir auf die 45 hier, ein bisschen sogar überrissen, aber das ging so schnell. Ich glaube, wenn man bei 45 auf den Knopf gedrückt hat, wird man sich nicht geärgert haben. Da ist man dann zu 15 oder zu 20 oder zu 30 reingekommen. Also der hat ja ganz schön überrissen gehabt. Hat aber unten die Unterstützung recht gut angenommen und sich wieder nach oben gedreht. Das war dann eine recht nervöse Kiste. Ne, wir haben auch im Dienst geschrieben, wichtig wird halt, wo er jetzt einen Tagesschluss bringt, ob unter 600 oder über 600. Über 600 hätte er dann schon wieder Chancen hochzulaufen. Ja, und dann war quasi der nächste Tag. Da hat man, das haben sie jetzt so nicht mitbekommen, das war jetzt nicht öffentlich gewesen, hier letztendlich gesagt, okay, wir sind über der 6,70 gewesen. Deswegen ist davon ausgegehen, dass der DAX oben nochmal die 8,30 anläuft. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er von 8,30 eben dann doch deutlicher auch nochmal nach unten weggedrückt wird. Und das sogar im Zweifel nochmal 5,45 erreichen kann. In der Nacht hat er das sogar schon. Also der hat das zweimal gemacht. Er ist einmal in der Nacht hoch, komplett runter an die 11,5,15 nochmal und dann wieder hoch bis an die 11,38 und dann wieder von hier runter. Das heißt, wir haben uns hier sehr, sehr, sehr stark und sehr stark auf der Stelle immer wieder bewegt. Es gibt auch hier unten unheimlich viele Umsätze, die auch reingekommen sind, als dieses Hongkong-Thema da war. Auch die Pressekonferenz mit Trump, wo nun zur Debatte stand, macht er nun neue Zölle gegen China oder macht er nicht. Er hat sich wahrscheinlich ein bisschen an seinen Wahlkampf besinnt und hat sich gedacht, okay, hier muss ich langsam aufpassen, dass ich hier nicht den Falschen gegen die Kachel fahre. Also dann merkt man, er wird langsam ein bisschen defensiver, auch wenn man trotzdem rumtrampelt. Und es geht so langsam ein bisschen das Wahlkampf-Thema los. Also das wird interessant. Das ist erst im November, das ist noch eine Weile hin. Und das wird man jetzt immer mal merken, dass er bestimmt auch ein bisschen anders reagiert. Aber am Ende, der Typ, der war noch nie einschätzbar, der war noch nie kalkulierbar. Ich will mir gar nicht anmaßen, da jetzt Prognosen abzuleiten, wie er reagieren kann. Den Typ, den kann man nicht vorhersagen. Da kann alles passieren. So, jetzt wollten wir sehen, das vielleicht für Sie einfach jetzt nochmal so, als was wollte ich, was hatte ich jetzt erwartet vom Tag? Ich habe erwartet, er geht hier hoch, geht nochmal hier runter und stabilisiert sich ein bisschen. Außer er geht eben oben drüber über die 11.830, dann wäre er nach oben frei. So, jetzt sind wir über die 11.830. Wir sind jetzt über den Feiertag oben raus, die Futures sind oben rausgelaufen. Ich persönlich würde schon denken, wir haben bei 11.935 ein attraktives Ziel angelaufen. Also jetzt hier schön zum Börsenschluss, ein sehr attraktives Ziel angelaufen. Das kann gut nach unten reagieren. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist, dass ich, ich habe hier gewiss, weil wir waren heute auch unterwegs gewesen zum Feiertag, gewiss noch nicht alles lesen können, was mir hier heute zugeschoben wird. Aber ganz, 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 ganz viele, die jetzt davon ausgehen, dass das direkt wieder runterfällt, weil das ja eine Feiertagsbewegung war. Also da muss ich sagen, Vorsicht, 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 ähm, der Future war offen, ne? Also der elektronische, also man konnte an elektronischen Börsen, konnte man handeln, ne? Also auch Tradegate und sowas, die waren alle offen. Das ist jetzt nicht so, wie als ging hier gar nichts, ne? Also, ähm, das, das ist jetzt nicht irgendwie ein, keine Ahnung, ein Sonntagskurs oder wie auch immer. Das, da ist schon auch ein bisschen was rumgegangen. Ich wäre deswegen vorsichtig zu sagen, ah, das, der steht hier gleich wieder am, am, am Freitagsschluss, ne? Der ja letztendlich hier sogar auf Xetra-Basis extremst tief war. Ich glaube, sogar unter 5,50 war. Ähm, dass der jetzt da eröffnen wird. Das glaube ich nicht. Das haben ganz viele geschrieben. Ja, Martin, ähm, die, 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 die Indikationen stehen jetzt hier bei 11,900. Ich konnte noch gar nicht antworten. Ich bin gerade auch erst rein. Ähm, 11,900, da stehen die ganzen Indikationen. Meinst du denn, der öffnet morgen über 11,900, äh, über 11,600? Ich habe da noch einen Short drin. Naja, klar, also ich gehe fest davon aus, dass der dort eröffnet. Eigentlich müssten die ganzen CFD-Broker, dadurch, dass die Futures ja gehandelt haben, auch Kurse gestellt haben. Ne, also das sind wirklich, glaube ich, eher die mit den Optionsscheinen, die da ein bisschen, äh, wahrscheinlich nicht handeln konnten. Aber je nachdem auch, auf was man gehandelt hat, soll egal sein. Ich würde jetzt nicht zwingend sagen, dass wir hier runter müssen. Und das ist auch das, das so ein bisschen, was mich ein bisschen irritiert, dass jetzt viele so davon ausgehen, der muss jetzt diesen, diesen Fire-Tucker komplett runter, weil ich fürchte, der macht jetzt auf, hat hier ein super interessantes Level, von dem er gerne nach unten fallen würde. Und es haut jeder Short rein, weil alle sagen, naja, hier unten, ähm, ist ja jetzt Ketra-Gap-Klos, easy, easy 400 Punkte, ballern hier alle Short rein, legen den Stop-Loss am besten nirgendwo hin, weil sie sich sagen, ach, dem kann man hier Luft geben. Ne, was meinen Sie, wie der Dax da drauf reagieren wird? Ne, der wird, dass das für den gefundenes Fressen, das macht der alle. Da rennt der hoch und drückt die Shorts raus. Und zwar dort, wo dann die nicht verwendeten Stop-Loss wehtun. Also wir haben nach wie vor, das haben wir auch die letzten Tage schon gesagt, das Risiko durchaus jetzt mittlerweile auf der Oberseite. Wenn ein Trend immer wieder beschleunigen kann, Fahrt aufnehmen kann, das ist, das steht dem Dax frei, mal drei, vier oder 500 Punkte jetzt auch nach oben durchzurennen. Einfach aus der Trendbeschleunigung raus, um die Shorts rauszudrücken. Muss man echt dolle aufpassen, so mit so Aktionen, ohne Stop und ach, der kommt hier eh wieder, das sind die Momente. Das haben wir hier unten auch schon gesagt, ne, dass ganz viele so diese Mentalität haben, ach, der kommt hier eh wieder runter und da muss man sich nicht den Stress machen. Vorsicht, ehrlich, das sind immer so die Bewegungen, wo die Märkte halt einfach durchdrücken können. Das heißt, in dem Moment, wo wir hier noch Auftriebsmomentum sehen, wo wir den noch sehen, dass er durchdrückt. Man kann dieses attraktiven Niveaus durchaus probieren zu handeln. Ich finde das nicht verkehrt. Ich würde das selber auch machen. Aber man muss sich dann auch dort entsprechend abgrenzen, die Shorts abstecken. Dass man sagt, okay, dem gebe ich jetzt einfach ein begrenztes Risiko. Was weiß ich, mit der nächsten grünen Stundenkerze gehe ich raus oder ich setze einen festen Stop-Loss an einen bestimmten Bereich. Das muss meiner Meinung nach da sein. Weil sonst kann es ihm passieren, da können wir in den Tagesschau reingucken, dass sie bis 13 noch was kaputt rennt. Weil er sich halt sagt, ach, hier oben ist ein Dreifachboden, den hacke ich einfach mal von unten an. Und da reden wir ganz schnell über 12800. Und ich sage mal, bei der Volatilität, die wir auch jetzt die letzten Tage wieder hatten, auch in diesen kleinen Bewegungen. Das ist nicht unwahrscheinlich, dass der sogar aufbeschleunigt. Und der brauchte drei Tage für, dann steht der am Ende 12800. Also wirklich ein bisschen aufpassen. Ich glaube nicht, dass es kommt, aber technisch wäre es nicht ungewöhnlich. Es wäre einfach nicht ungewöhnlich, wenn wir über der 200-Tage-Linie jetzt noch in den Kerzenklos kriegen, dass unheimlich viele Käufe anlockt, die dann ein, zwei Tage richtig reinbuttern. Dann knallt er an die 12800 und steht zwei Tage später wieder unten an der 200-Tage-Linie. Das wäre sehr üblich. Also wir können da hier auch durchaus mal den Pfeil mit ransetzen. Und da muss man aufpassen. Es ist halt so, Trends beschleunigen in der Regel im Trend halt. Und wir sind noch am Aufwärtstrend. Er hat die neuen Hochs bestätigt. Er hat angesagt, dass das für ihn okay ist. Wir haben jetzt erst mal ein bisschen die 200-Tage-Linie im Visier. Das sind häufig Bereiche, an denen der DAX zur Seite notiert. Um einfach auch einen Tag drüber zu schließen. Das sieht man sehr oft, weil das ein prägnantes Signal ist. DAX wieder über der 200-Tage-Linie. Das ist was, was man in den Nachrichten schreiben kann. Das ist was, was man auch nutzen kann, um die Leute umzudrehen halt. Aber solange wir hier nach unten keine fetten roten Kerzen kriegen, passen sie mit den Shorts auf. Im Zweifel, der macht die 12800 da oben. Und da ist nicht mal gesagt, dass er nicht durchrennt. Also, wir haben ja hier schon eine interessante Zone. Und Sie sehen auch hier noch keine fetten roten Kerzen. Also, da muss schon ein bisschen dann dieses Vorsichtgefühl kommen. Und auch ein bisschen die Ruhe da bleiben. Dass sie ruhig bleiben. Dass sie nicht in Panik dann verfallen und irgendwelchen Quatsch machen. Das ist dann auch nicht richtig. Also, man kann, ich finde das weiterhin einen attraktiven Bereich hier für den Short-Aufbau, aber im Zweifel halt einfach auch abwarten halt. Dass man wirklich die Signale dann auch mitnimmt. Und punktuell an den Zonen agiert, wo sie sind. Die neuen 535, ich finde sie sehr attraktiv, aber da muss jetzt auch noch was unten kommen. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel direkt vielleicht auch mit einem kleinen Abwärts-Gap eröffnen. Das hat schon gut, das hat schon gut, die hat schon gut Potenzial, auch ein bisschen Bewegung auszulösen. An der 200-Tag-Linie auch. Das ist nicht mehr viel. Das ist eine Stundenkerze. Da stehen wir da oben. Das schafft er vielleicht sogar per Gap. Also, das haben wir ein bisschen im Hinterkopf. Wir sehen, der Trend ist noch aufwärts. Wir sehen unsere Verkaufszone hier, die wird überlaufen. Wir sehen da nicht viel Ambitionen. Wir sehen eher sogar eine sehr starke Aufwärtsbewegung. Wenn wir jetzt mal gucken. Ohne großartige Rücksetzer sind wir jetzt seit schon fast 1000 Punkten unterwegs. Stimmt nicht, sind schon fast 2000 Punkte. Schon fast 2000 Punkte unterwegs. Bei 12.075 haben wir das dann geschafft. Also, immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Sobald wieder rote Kerzen kommen, sobald die Dynamik reinkommt, sobald man merkt, da ist Unruhe im Markt drin, gerne den kaputt schorten ohne Ende. Hier ein bisschen aufpassen einfach nicht, dass man zu früh drin ist. Sonst tun sich auch keinen Gefallen. Dann fällt er irgendwann. Und sie brauchen erstmal 500 Punkte, bis ihre Shorts auf Einstand sind. Und was macht man dann in der Regel? Man löst sie aus und geht long rein. Das ist ganz typisch. Und dann ärgern sie sich, weil dann fällt er wirklich. Und dann sind sie long drin, weil sie einfach viel zu zeitig schon in den Shorts drin waren. Also, da wirklich ein bisschen aufpassen und vorsichtig sein. Das sage ich einfach, weil das ist ein typischer Verhaltensmuster, die wir auch über den Premium-Dienst, über die Seminare immer wieder von den Leuten gespiegelt bekommen haben. Das ist ein ganz, ganz typisches Verhalten. Deswegen hier einfach der Hinweis, dass viele damit eher immer sogar auf die Nase fallen. Gut. Okay. Dann. Und das in dem Sinne dazu. Tagesschart. Wir lassen das jetzt erstmal neben dem Fall da oben mit dazu, mit der 12.800. Hier müssen wir jetzt ein bisschen gucken. Ich würde jetzt mal einfach ein bisschen aufziehen. Ich würde jetzt hier mal ein bisschen aufziehen. Und hier auch ein bisschen aufräumen. Wir haben grundsätzlich hier den Bereich. Wir haben jetzt im Bereich um 11,27 gute Unterstützung. Ja, aber das ist, das ist, wir sind ja mit so etwa zwei Gleichlagen Abwärtswellen, ne. Die sind auch auf dem Punkt jetzt genau. Zwei Gleichlagen Abwärtswellen. Da wäre ich jetzt unterseitig auch erstmal ein bisschen vorsichtig, ehrlich gesagt. Würde ich nicht gleich das erste, die erste Unterstützung gegenknallen mit Long. Ich würde mal so schon eher tiefer ansetzen dann, ne. Und sagen, also wenn er fällt, eine Umkehr abwarten. Kriegen sie, kriegen sie zum Beispiel rote Kerzen. Und dann flacht er ab und dreht sich wieder grün hoch. Das kann man dann probieren. Direkt. Ne, kann man probieren Richtung 12.100 noch aufzubauen. Richtung 12.200, 12.300. Im Zweifel sogar bis 12.800 probieren halt. Ne, warum denn nicht? Wenn er aufbeschleunigt im Trend sind das wahrscheinlich die, sind die Punkte wahrscheinlich sogar einfacher wie unten rausgeholt. Ne, das ist ja einfach so. So, ähm, dreht auch runter. Wie gesagt, wir haben, also wir haben eine Unterstützung bei 11.830. Ne, die kann schon kommen. Die kann schon drücken. 11.830 bis 11.800, das ist Unterstützung. Aber ich würde, ich würde ein bisschen aufpassen. Ne, also dadurch, dass die, die Bewegungen hier so gleich lang sind, ja, das ist immer so ein bisschen was, wenn das anspringt. Also wenn der Markt auf sowas reagiert. Ne, wenn er die 11.935 anspielt. Das, äh, die kann schon ein bisschen mehr Bewegung auslösen. Ne, also ein bisschen, ein bisschen dolle mehr auch. Sodass das, dass man da wirklich aufpassen muss, dass man nicht zu sehr einen auf den Sack kriegt. Ne, also 11.830, 11.800 ist Zone 1. Ähm, 11.37 ist Zone 2. Das sind kurzfristige Unterstützungsbereiche. Ähm, stabilisierte sich in denen, dreht wieder hoch. Sind das auch Long-Chancen? Zerschlägte die, muss man wirklich aufpassen, weil dann würde er das bestätigen, dass er hier oben das angelaufen hat. Und dann sich unten raus Luft machen. So, dann nehmen wir hier unten auch das nochmal mit. Nächster Anlauf von oben wäre dann das hier wahrscheinlich nicht mehr. Da waren wir jetzt auf genug drinnen gewesen. Nächster Anlauf wären dann wahrscheinlich die Hochs hier. Ne, um 11.245. Das wären dann die nächsten Ziele, wenn er hier wirklich richtig abschmieren sollte. Und richtig Stress reinkriegt. Und ansonsten oben raus erstmal noch Chancen. Die 12.000, die 12.50 und die 12.115. Da ist die 200-Takt-Linie. Warum ist die jetzt bei mir hier im Chart nicht drinnen? Im Stundenchart hat er oft gezeigt, dass er dort in den Bereichen nicht reagiert. Deswegen sind hier keine Linien drin und deswegen lassen wir das auch so. Das nehmen sie aber trotzdem mit, dass sie im Tagesschart liegt. Das heißt, sie kann auch kurzfristig reagieren. Wichtig ist aber, wie der DAX per Tagesschluss mit dieser 200-Takt-Linie umgeht. Ne, das ist jetzt nichts, was man im M1 handeln muss. Oder im M5 oder im M15. Das ist eine Linie, die auf Tagesebene wichtig ist. Dann haben wir das hier. Ansonsten zieht er volle Hütte durch. 11.270, 11.370, dann oben die nächsten Marken. Und wir haben noch keine Umkehrsignale drin. Wir haben noch keinen Trendwechsel gesehen. Das heißt, im Zweifel schiebt er noch nach oben. Kommen fette rote Kerzen. Nehmen Sie die Zone hier ein bisschen zur Kenntnis. 11.830, 11.800, die 11.37 und ansonsten hier unten eben um die 11.550 rum. Ja, und für ein Anzeigen von, ich will mich umdrehen, ich will eine Umkehr bringen, muss er zügig runter und er muss eigentlich sogar hier drunter. Er muss unter das Tief. Erst dann kriegen wir ein richtiges Verkaufssignal halt. Das ist leider sogar so. Ja, okay, dann hoffe ich, Sie haben erstmal wieder ein bisschen Orientierung drin. Machen Sie ein bisschen sachte, dass Sie sich nicht zu sehr auf diesen Feiertag versteifen. Ne, der Handel ist jetzt nicht unecht gewesen. Es kann sein, dass der DAX fällt, weil er die 9.35 reagiert hat, aber versuchen Sie das nicht zu sehr mit diesem Feiertags-Gap-Klos hier übereinander zu legen. Das könnte gegebenenfalls, naja, es ist, also wenn, ich sehe es halt auch immer wieder, ne, wenn alle da sitzen und sagen, ne, Feiertag ist nämlich echt, ne, der fällt dort direkt runter, ja, ah, der steht, äh, steht am Dienstag eh wieder direkt am, etc. Ich sehe es halt einfach immer, das ist immer wieder das Gleiche, wenn das alle so sagen und mich keiner anschreibt, hey Martin, meinst du, ich kann ja noch long gehen auf 12.800, dann steigt der Markt immer. Ne, das ist ganz oft so, das ist immer, das ist so markant und so typisch. Ähm, deswegen machen Sie da bitte sachte halt, ne, also wenn er oberhalb von 11.9.35 weiterarbeitet, dann sehe ich ihn Richtung 12.100 gehen. Naja, und wenn er hier eine Umkehr bringt, dann bitte mit roten Kerzen kommen die, dann spreche ich ihm Chancen zu, bis zu den benannten Bereichen, okay? Okay, gut, dann machen wir das hier zu, viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss!